Es geht weiter. Nach langer Weiterei. Hui, Konfusion. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Wie geht das? Oh, ich sehe es noch. LALALALALALALALALALALALALALALALA Oh mein Gott, wisst ihr was, ich hab keinen Bock auf den Leuchtturm. Ich fahr mit dem Aufzug, wenn er geht. Ups. Mein Gott, jetzt pennst du auch noch. Du Blacksmith. Darum müsstest du eigentlich aufwachen. Du riechst ins Klatsch, Klatsch. Und Klatsch, Klack, 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 Klack. Nicht regentant. Oh mein Gott. Wach auf oder bleib am Penn. Schön, Turz. Doch nicht? Sag mal, du musst jetzt aufwachen. Danke. Es ist schrecklich, wenn Popcorn einpennen. Ja, ist gut. Es prägnet. Ich weiß es langsam. Ja, ich möchte es gerne wechseln. Auch, fuck, ich brauche noch ein Elektro-Pokémon. Ich frage mich aber, welches Elektro-Pokémon ich nehmen könnte. Hm. Wow, Level 27 erreicht. Hmm, was war das nochmal für eine Attacke? Nee, die brauch ich nicht. Kannst nicht sowas wie Flügelschlag erlernen, Frau Burka? Die sind nämlich viel besser. Leute, wisst ihr was? Ich benutze den Aufzug, ich hab echt keinen Bock auf den Leuchtturm. Wow, das war vielleicht viel besser und angenehm. Oha! Hm. Oh! Ich muss tatsächlich die Scheiß auf... Oh nein. Hm. Na super. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, ich hör jetzt auf. Ich sag mal bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.